das müssen wir kommen da sind wieder ins zentro viel wir sind dabei Waffen zu kaufen wenn du mich nicht zusammenprügeln würdest was war er ich wollte eigentlich nur was kaufen da guck mal wie ich da stehe mit meinem bestemsteiger für cool Spezialwaffen Scharfschützen alter Scharfschützengewehr ist ziemlich geil 35 Jahre aber guck mal da hast du jetzt dieses Alien-Dinger schon freigeschaltet Lähmungspistole das Verschläger wollen dieser Alien-Gewehr habe ich schon frei finde ich gut die Alien-OT ist voll heftig Alien-MP die geht ab das sage ich dir ich habe die Alien-Pistole im Besitz was die Alien-Pistole kann nix die brauchst du nicht wieso habe ich die Waffen am auf Waffen am Gateway zu kaufen Alien-MP wie soll ich die Alien-MP wo ich habe die Alien-MP einfach so gehabt alles klar die Waffen kann ich mir jetzt nicht wirklich kaufen dafür habe ich gerade zu wenig Geld aber wir haben sie noch mal gesehen und ich habe jetzt hier Alien-MP nice also ich komme nicht mehr hinter der Tickel vor fett so und raus mit uns auf mein Motorrad weil ich mir gerade eben mitgebracht habe das ist ziemlich schnell eigentlich wow really was machen wir noch in dieser Folge du weißt doch immer Bescheid mhm komm aber jetzt mein Baseballschläger wieder aufgerüstet ist neues aussehen mit schönen Nägeln drin scheuer alter ist sehr geil getunt ein Auto alter ist aus meiner Karriere aus ist auf jeden Fall sehr nice ich kann wiederum machst du Stress? ja alles klar dann hol mich doch ok ja habe ich dich mit den Dingern weggehauen das wollte ich eigentlich versuchen ich habe ja noch mal eine Sniper ne du hast eine Sniper? ja eine Alien-Sniper was? ach so die? da ist doch keine Sniper doch war aber ne Kategorie jetzt war auf die aber bei der Scharfstütze war doch ähm nur diese komische 35.000 Euro Snap ne da war auch noch die Alien äh bei mir gar nicht bei mir schon glaub oder nein ich hab sie was hin was wollen wir jetzt machen? ach so uns blöd umzuziehen ich hab mal auf das nervt übel ja guck mal mein neues mein neues Schroflinten Design jetzt steig aus meiner Karriere aus die ist auch voll geil Mann man kann richtig geilen Jutern damit machen den Karren alter voll draufgezimmern ok steig aus aber cool hast du schön getunt finde ich cool guck mal meine Schroflinte so eine alte mittelalterliche mh alter jetzt hör auf aua 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 dafür dass du meine Kacke gestohlen hast ja das macht schon äh wo liegst denn du wieder ah da hinten lol hab ich dich so weit weggeschleudert mhm cool lol alter das macht dir Spaß wohl? ja also was wir jetzt machen außer uns blöd abzuschießen 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 ok äh keine Ahnung Mission ja lass mal gucken was wir machen können Sicherheitsauslösung feindlichen Code entfernen ne äh wie hast du das mit dem Auftrag gemacht? du kannst es ja ähm mach ich mal äh was wurscht machen lernen die Regeln lerne wie man der Alien-Präzensschaden ja irgendwas ja alles klar irgendwas ne hm 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 oh oh das wird ja irgendwie ausschalten von der Telekom ja sogar mal Ketterfarben, Alter oh es hat sich stylig ein Typen wieder da aber ich hab ja meine ich hab ja meine Ultra-Utine sorry wenn ich da gerade zu laut getrunken hab ich hab nix gehört oh das gut Alter hier ist ne geile Karre jetzt wo ist denn meine Karre jetzt in wo hast denn die gepackt ey glaubt sie ist nicht mehr da wenn wir jetzt die Mission machen cool ich war hier Mini kommst du mit? klar ist sie noch da boah nee nee ich geh jetzt zu dem Fahrzeugkender und hol meine Karre ja die ist doch voll cool hier ich werde morgen gehen ja ich komm mit ich hole auch meine Auto loos mach hin ja so und um 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 ja meine da brauchst du denn eh warte mal wir tun sie jetzt nicht neu nein nein aber der ist ich hab ich hab sogar in Caprio gebaut ja für uns für uns ja für mich freundlich dass wir fahren das nett danke als zu verdanken sie haben den Präsidenten der Vereinigten Staaten umgefahren das wissen sie gut wollte ja nur anmerken alter mach hin ja 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 lalalala das kann ich ja in der Zwischenzeit machen also ich hoffe doch euch gefällt das Spiel ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben wie es auch immer eigentlich immer im Schluss präge aber jetzt habe ich gerade Zeit also immer schön in die Kommentare schreiben ob es gefällt ob es nicht gefällt das ist immer nett sonst kann man das auch gar nicht einschätzen wir nehmen ja wir nehmen es dann auf und wir wissen gar nicht ob das überhaupt gefällt also uns gefällt es auf jeden Fall wir werden es auch trotzdem noch weiterspielen auch wenn es nicht gefällt so so ist es nicht höchstens nicht hochladen aber ja das Auto will ich haben oh ok das war ein geiler Move den hau ich nicht rein raus der sieht so nett aus ja der steht super da Alter bist du irgendwann mal fertig? ja ich hoffe ich jetzt du bist ja wie eine Frau beim Schuhe kaufen ey hey sagst du sage ich ja ja ich habe eben auch voll lange gebraucht gar nicht aber jetzt haben wir keine Zeit los meine ich hau dich gleich um ist ja gut ich bin ja jetzt schon fertig sicher nein und die Mission nur noch die Leistung kurz hoch tun ich habe eh kein Geld mehr ok ich komme ja alles klar und die Mission machen wir dann in der nächsten Folge weiter bis dahin ciao ciao bis dahin